Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes, flauschiges Plüschtier für zuhause! Saftig, Manfred, Totem, Blocky, Meloni, Baby Chaos Row und viele mehr! Mit dem eigenen Plüschtier deiner Seite begleitet dein kleiner Freund durch den Alltag! Nur jetzt auf shopbumchaoswitze.com! Ich möchte Leute, nach so viel Ausbrüchen, sehen wir heute mal was ganz einfaches. Ja, wir sind heute ein Schnitzel! Leute, willkommen zu Gefängnisausbruch! Ein Schnitzel mit Pommes! Heines für Nummer Chaos von 40! Spass! Leute, wir sind heute ein kleiner, knuffiger Pikachu! Ein Pokémon! Ja, guck mal! Hey Leute! Easy! Bist du auch? Guck mal! Oh, du hast ihn sogar hier! Ja! Ich bin Pikachu! Pikapika! Haha! Pikachuine! Helle sieht sie voll witzig aus! Warte, schau mal ganz kurz! Warte, wenn ich mich da zulege! Warte! Schaut mein Gesicht genauso aus wie von dem? Zeig mal jetzt! Zeig mal jetzt! Ja! Oha! Warte, zeig mal du hier! Guck mal, du hast hier ein Pikachu und eine Mütze! Ja, guck mal meine... So einen schlafenden Pikachu auf dem Shirt! Und Pikachu-Socken! Die sind süß, oder? Oha! Oh, wir haben beide so einen Pikachu-Schweif hier! Ja! Ich glaube, Pikachu ist ein Blitz-Pokémon! Pikachu ist ein Eichhörnchen, oder? Nein! Ich weiß gar nicht! Ich bin ja... Leute, ich persönlich habe Pokémon nicht gespielt, aber ich kenne einiges! Nein! Eine Maus! Entschuldigung! Eine Maus! Nicht ein Pokémon! Das ist eine eigene Spezies, glaube ich! Nein! Aber Pikachu ist ein Maus-Pokémon! Ich sehe schon die Leute, die werden sich aufregen! Wie? Herr Werther! Was ist los? Pikapika? Pikantwurst? Aber wir sind doch schon gefangen, genau! Ich meine so, wie halt Pokémon gegeneinander kämpfen lassen! Ey! So nerf! Du 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 du! Wow! Was soll? Jetzt hörst du Musik, wenn man mit den Pokémon, äh, ins Hohlgras geht? Hey, Wärther! Hier! Du 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 du! Au! Au! Was? Was? Ja, das... Das ist... Ich wollte gerade ausprobieren, wie stark Pikachu ist, aber ich glaube, die Frage hat sie geklärt! Das war welche Attacke? War das Donnerblitz oder Donner, Donnershop, Donnerwelle? Ich glaube es war Donnerwelle. Das war nicht sehr freundlich. Herr Werther, ich glaube es gibt eine Dauerwelle. Was, wer, wer, wer? Lass hier rein ins Team Melonen Schnitzel Design. Leute, wenn ihr Schnitzel mögt und wirklich mal einen Ausbrauchsschnitzel haben wollt, shop.cafe.com hol dich Team Melonen Schnitzel. Ist ein permanentes Design, was die meisten gar nicht wissen, was es im Shop gibt hier. Mit Pommes und Ketchup, richtig nice. Lass mal rein hier. Pommes und Ketchup. Die Schnitzel schützt einen immer. Bleib stark. Wie viele Werther ich schon rumlaufen muss, ich muss schon richtig gut trainierte Beine haben. Wie viele Marathons der läuft. Warte mal, Isi, hier war doch mal was. Oh nein, Isi, die haben das Gefängnis geputzt. Nein, Herr Werther. Stopp, stopp. Okay, Herr Werther. Man darf Pokémons nicht, wir kämpfen für sie, okay? Ja, los, kämpft gegeneinander. Nein, wir müssen uns doch erstmal fangen. Okay. Oh mein Gott. Warte mal, Herr Werther. Aua. Yes. Oh mein Gott. Das war Schock. Ja, das war Schock. Du hast Donnerschock gemacht, der kann sich nicht bewegen. Yes. Wuuuh. Dein Gegner kann sich diese Sekunde nicht bewegen. Oh mein Gott. Nice. Wir müssen mit so einem Pokémon-Mod spielen. Mit so einem Pokémon-Mod spielen. Herr Katza. Vielleicht ist das einfach nur nervig. Oh. Oh, Vaterblitz. Ich glaub, der Werther hat heute keinen so guten Tag. Okay, lass abfahren. Wir müssen irgendwo... Okay, sieh. Was ist der letzte Ort, wo der Werther uns jemals suchen wird? Unsere Zähle. In der Dusche wahrscheinlich. Weil er geht denn hier hin? Warte mal, war ich hier eigentlich schon mal drin? Hier hat er... Hier hat er auch ein Büro. Hier ist ein Enchanted OP auf uns. Komm mal, hier sind Keycards im Tresor. Ernsthaft? Oh. Eine pinke Keycard. Herr Werther, da sind Keycards in dem Tresor. Wussten Sie das? Sieh, sieh, sieh. Ich leide genau, wo du machst das. Okay, ich warte. Pass auf die Tür, pass auf die Tür. Ey. Yes! Muss das sein? Ja, muss sein. Ich komm jetzt hier raus, komm hier lang! Durchs Gras durch! Und in den Wald. Bist du im Wald? Oh, Isi, in hohem Gras. Wir kannst du jetzt im Wald, oder? Ja, ja, in hohem Gras leben. Die meisten über Pokémons, glaub ich. Ja, ja. Okay. Pokémon. Pokémon. Isi, bist du eigentlich ein Shiny? Ich bin... Na klar bin ich ein Shiny! Hast du ein Chipball-Pokémon oder Pokémon Gaug gespielt? Ist sie nicht, das steht schonmal fest! Ähm, warte, ging's dir nicht irgendwo? Oh! Oh, okay! Welles bist du Flo? Welches Level? Bisschen für Game-Pokémon? Weißt du das? Wann entwickelst du dich zu Raichu? Bis Level 100. Raichu? Ja. Wie geht's hier auf? Ja, stimmt. Warum schon, welche Leistung? Warum schon weiterentwickelt, könnten wir das aufmachen. Warte! Das stimmt. Warte, glaubst du, wir können uns auch entwickeln? Ja, müssten wir eigentlich. Aber nur, wenn wir ein bestimmtes Level erreichen. Oder ein Donnerstein vielleicht sehen. Guck mal, was ist hier? Ist hier ein Sequel? Sind das Pfeile? Weiß nicht, ich gehe das hier nicht rein. Oh mein Gott, in der Mitte. Okay. Neuer Ausbruch. Hier waren wir doch nie. Können wir nicht Blitz machen, damit es hier ein bisschen heller wird? Äh, nee, warte mal. Wir können oben einen Blitz machen. Warte mal. Hä? Hä? Okay, der Werther ist hinten. Äh, können wir hier? Nimm das hier, nimm das hier. Stimmt, stimmt, stimmt. Potion of Escape. Yes! Warte mal, wir können schauen, wo der Werther gerade ist. Nein, der Werther, was ist hier? Ah, er ist hier! Inweid, inweid, verstecken, verstecken. Oh, oh. Ihr seid gelb. Und ihr glaubt ihm, was grünes reibt. Ihr könnt euch nicht verstecken, ihr verdammt. Doch, in hohem Gras. Dann müssen wir uns wohl in was gelb verstecken. Das ist kein hohes Gras. Ich merke schon, der Werther hat mental zusammenbruch. Ich hasse diesen Job. Oh nein! Warum störe ich mir das eigentlich an? Okay, Werther, wir kämpfen einmal für Sie. Komm mal, ich bin, ich will es durch ganz, wir sind jede Folge böse, Werther. Einmal bin ich jetzt lieb. Okay, äh, was wollen Sie? Der hat dich gefangen, lieber. Was? Was? Er hat uns... Hä? Wir sind in den Bogenbäumen. Er hat uns gefangen. Er hat einen Pokéball geworfen, oder? Warte mal, wie geht es hier raus? Was, sind wir jetzt in einem Pokéball gefangen? Ja, warte mal. Wie dreht man aus einem Pokéball raus? So, sieht es also aus einem Pokéball aus. Warte, kann ich kikern? Warte, stopp. Vielleicht kikert? Lass dir jetzt raus. Nö. Nein! Herr Wetter! Au! Au! Oh! Ich glaub, sein Pokéball ist gedroppt. Nein! Warte mal, vielleicht... Weißt du, wir können hier irgendwie hochspringen? Gab's du? Weiß ich nicht. Können wir das? Ich glaube... Oh, das ist voll schwer. Oh, stimmt. Warte mal. Warte mal, Izzy. Weißt du, das Pokémon, wenn... Ein Pokémon kann ja... Wenn man das einfängt, versuchen sie zu befreien. Also nur manchmal fängt man es wirklich ein. Warte mal, stopp. Hört mal, steht. Warte mal, was machst du? Warte mal. Vielleicht hat sich der Ball noch nicht dreimal bewegt. Nein! Warte auf mich. Warte mal, da kann man durch durch das Rote? Ja, kannst du irgendwie durchhüpfen. Ich weiß nicht, wieso. Guck mal. Okay, warte ganz ruhig. Ey, das ist ein richtig schwerer Sprung, weil man weiß nicht, wo die Kante ist. Hast du das? Yes! Ich trau mich sehr weiter. Ich trau mich nicht. Yes! Wir sind raus! Warte, was? Da ist ein Knopf? Oh mein Gott, ja, ja. Komm mal raus. Ich bin da. Ja, wir haben uns befreit. Oh mein Gott. Ey, ich bin... Oh, ich dachte, ich sei wert, aber nicht, das ist ein Skelett. Ach so. Ja. Der Wert ist eh auch so abgemagert. Ich habe hier noch nie was essen sehen, im ganzen Projekt. Wusstest du, was Pikachu surfen kann? Vielleicht sollten wir surfen gehen. Und Pika Pika, weil er nicht halt wirklich surfen. Klar. Gibt es irgendwie so Mario Kart, aber für Pokemons? Das müsste eigentlich reclame. Wollen da nicht Boote hinten? Guck mal. Hint uns! Oh, oh. Oh, oh. Ja, ich will dich noch mal fangen. Nein, 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 sie ist auf! Ich will dich nicht fangen, ich fangen. Ich habe mit dir, ich habe mit dir, wie viele Werte unskürtig loswerden. Äh. Au, nein. Nein. Oh nein, sie ist nicht. Ich glaube, er hat gelernt, es gelabelt. Donner! Donner! Easy entwickelt sich. Easy entwickelt sich zu Isolino. Keine Ahnung. Wie würde deine Entwicklung heißen? Komm in die Arena, sie ist sie. Ah, hier bist du. Mach zu. Ja, ja, ich habe mit Easy. Wenn man ein Leben lang mit Blitzen überschmissen wird, wird man irgendein Resistente dabei. Warte, Easy. Ich habe noch. Ja. Wir haben einen Ge... Nein! Herr Werther? Wir sind in der Arena. Und das ist mein Shiny Glurak. What? Oh mein Gott. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Glurak. Ja. Ja. Nein. Mach doch einen Glurak. Oh, er ist tot. War der Easy? Hier bin ich. Ist der Werther tot? Äh, ja. Komm mit, komm mit schnell. Nein, hat er nicht zwei Leben im Arena-Kampf? Ich weiß es nicht. Lass mich abhauen. Okay. Aber du hast noch deinen Glurak, oder? Hab ich. Hab ich. Ach, es ist Notfall. Schnell, schnell, schnell. Bleib stehen. Da ist er. Bleib stehen. Warum soll ich stehen bleiben? Glurak, Angriff. Wow, nein. Er schießt. Pass auf, er schießt Pokébälle. Er will der Mann, der soll was gehen. Glurak, attackier ihn. Lass ihn nicht einfangen. Ich darf fangen. Nein, wie? Okay, schnell, schnell, schnell. Ich hab mit dir. Wir können ganz schnell raus. Was willst du denn? Geh weg. Nein, nein, nein. Was? Nein. 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 Ich hab nur einer von uns muss es schaffen. Okay, jetzt raus Richtung Wald. Richtung Wald. Weil ich werde jetzt den Heli raus. Gegen die ganze Glurak, weil die können ja fliegen. Okay, go, 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 go. Bis hinter mir. Ja, bin da, ihr Fall. Okay, wenn mich mein Gedächtnis richtig entzündet, müsst ihr hier irgendwo enderpellen. Genau, hier, nimm den. Verzauberdoppiapfel. Ja, okay. Und enderpelle, liegt ihr im Weg. Schnell. Vielleicht schaffen wir es direkt über die Dings drüber. Über den Fluss. Meinst du? Denkst du? Das ist so schwer. Äh, oh, ich glaub, das schaut nicht gut aus. Oh nein. Komm schon. Oh mein Gott, ich hab überlebt wegen dem enchanten Apfel. Äh, yes. Hi. Oh mein Gott, ja. Richtig kritisch. Lauf weg. Ich glaub, hier kannst du hoch. Weil der Heli ist noch nicht da, ne? Ja, ja. Aber du, wir, 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 wir haben es, 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 wir haben es keine Pokémon-Freunde mehr. Nein. Herr Werther, wenn sie uns nicht gehen lassen, äh, sah ich das Ash Ketchup und der bringt ihnen dann Ketchup. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist ein Jetski. Hier ist ein Jetski. Und hier ist ein Pinker. Du musst links. Was? Ein Pinker-Jetski. Los, wir müssen zurück in den Pokédex oder wo wir wohnen, keine Ahnung. Ein Stimmt-Boot. Stimmt, wir können ihn blitzen. Donner. Yes. Die richtigen Polizisten, wir blitzen den Werther. Oh mein Gott. Und hier. Warte. Yes. Bist du drüber? Yes. Komm schon, komm schon, komm schon, schnell. Und go. Yeah, Leute. Wenn es für euch gefallen hat hier oder ihr mehr Pokémon-Sache haben wollt, lasst mir einen Daumen hoch, da schreibt uns, was wir als nächstes ausbrechen sollen. Bis zum nächsten Mal. Shop.kaufwitz.com. Abonniert mich, abonniert Easy, abonniert Topz, abonniert mich, abonniert mich und mich und mich. Und ciao, Leute. Und mich. Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes, flauschiges Plüschtier für zu Hause. Saftig, Manfred, Totem, Blocky, Meloni, Baby-Kaufs-Roll und viele mehr. Mit dem eigenen Plüschtier deiner Seite begleite ich dein kleiner Freund durch den Alltag. Nur jetzt auf shop.kaufwitz.com.